Liebe Kinder, heute gehört ihr den dritten Teil des Hörspiels Heidi, das Olga Mayer nach einem Buch von Johanna Spiri für euch geschrieben hat. Mitmachen tun die Hörspieler von Radio Zürich und die Leitung hat Walter Wefel. Wir haben bis jetzt gehört, dass Heidi von seiner Tante, der Tete, zum Grossvater auf die Alpwur gebracht worden ist, weil sie eine neue Stelle antreten will und das Kind nicht mehr brauchen kann. Wir haben vernahm, wie es dem Heidi beim Grossvater gut gefällt, wie es mit dem Peter und seinen Geissen auf die Weide gehen kann und auch der blinden Grossmutter kann einen Besuch machen. Gerade jetzt ist es wieder Biene, trotz dem Schnee, wo mehr als einen Meter hoch auf den Wiesen und Wägen reiht. Der Grossvater hat Heidi mit dem Schlitten oben runtergebracht. Aber jetzt muss es wieder gehen, es dunkelt eben schon. Die Grossmutter kümmert, das Heidi sei nicht warm genug angelegt. Sie ruft ihrer Tochter, sie soll das Wulig-Tuch nehmen und dem Heidi nachspringen. Das Kind könnte sie am Ende noch verkelten. Brigitte ist bald wieder zurückgekommen. Da bin ich wieder, Mutter. Wo ist denn das kalt? Das Tuch war nicht nötig. Der Altbäu hat im Weg vorne aufs Kind gewartet. Warmein packt hat er es. Geschickter als Menge Frau das Milch und hat das Freundchen bei der Hand genommen. Das habe ich jetzt mit eigenen Augen gesehen. Was du nicht sagst, Brigitte. Was du nicht sagst. Beim nächsten Besuch von Heidi im Geissen-Peter-Häusli hat es noch mehr die Staunen gegeben. Als Heidi und Grossmutter Gemütli beieinander sitzen, gehören sie auf einmal ein Klopfen und Nageln am Häusli. Du musst keine Angst haben, Grossmutter. Der Grossvater macht, dass der Laden nicht mehr zuschaltet. Und du nicht mehr musst verschrecken. Ja, was? Der Altbäu ist da. Wird doch nicht sein. Brigitte! Brigitte, hast du es gehört? Der Altbäu! Holt ihn rein! Geh mir ihm tanken! Der Altbäu ist nicht gleich der Freude, als die Brigitte zu ihm rauskommt. Mach's kurz. Ich weiss, was über mich im Töfligen gesprochen wird. Du wirst nicht besser sein. Lass dich nicht stören. Der Altbäu kommt wieder und wieder. Es ist bitter nötig, dass das Häusli in Schäulen verlottert. Langsam sind die Tage wieder länger geworden. Ein warmer Wind blaset vom Berg oben runter. Er schlägt so viel Schnee vom Boden auf, dass da und dort schon wieder das Gras füren schaut. Die Sonne hilft dem Wacker dabei. Überall fängt es an zu tropfen. Die ersten Blumenglöckli strecken ihre Köpfe unter dem Schnee füren. Und da und dort fängt ein Vögelchen an zu singen. Hier lässt der Lehrer vom Dörfli am Altbäu sagen, das Heide hat das Alter, es muss in die Schule. Und kurz daraufhin steht der Herr Pfarrer vor dem Öi und redet mit dem Gewissen, das Kind muss in die Schule. Das sei jetzt einmal so. Man mache da keine Ausnahme. Aber der Öi wehrt sie. Meint der Herr Pfarrer, wirklich, ich schicke im Winter so ein zartes Kind zwei Stunden weiter den Berg dort ab und lässt es die Abend wieder rauflaufen, wo es manchmal kutet und tut, als äusserein, meint er, wir es im Schnee verstecken. Es soll einer kommen, wie ich zwingen will er dazu. Vor all die Gerichte gehe ich mit ihm. Hier oben wächst das Kind mit den Vögeln und den Geissen auf und lebt nichts Schlechtes von ihnen und holt zwar nicht genug, um im Winter den Röferwahn zu haben. Herr Pfarrer! Sie kommen wieder ins Dörfli aber neu und leben mit anderen Menschen. Was ist ja das für ein Leben da oben? Sommer und Winter, Mutterseelen allein. Herr Pfarrer meint das Recht mit mir. Ich weiss es. Aber was er von mir gerne hat, das mache ich nicht. Die Menschen im Dorf verachten mich und ich sie. Wir bleiben am besten jeden an seinem Ort und das Kind schicke ich nicht in die Schule. Es ist mein Letztes Ort. Herr Pfarrer ist traurig zur Tür ausgegangen. Er kann den Röhi einfach nicht begreifen. Er muss noch einmal mit ihm reden. Dieser Röhi ist gewiss Gott kein übeler Mann. Ja. Ja. Kaum sind ein paar Tage vergangenisi, küchert jemand anderes zum Häusli vom Alpöi und putzt die Schuhe mit dem Besen vor der Tür ab. Die Hull-Liebe-Zeit, die Ete, mit einem Federerhut auf dem Kopf und spitzem Pendel am Gewand. Der Röi zieht die Augenbrauen zusammen, dass es aussieht, wie wenn ein Gewitter auf seinem Gesicht losgehen will. Er schreckt, wo die Ete anfängt zu reden. Ich kann es glauben, euch. Ich habe Tag und Nacht als Kind und an euch müssen denken, wenn ihr jetzt Blagen zeigt mit dem Heidi. Und wenn ich es euch wieder abnehmen könnte, jetzt habe ich endlich ein Plätzchen für sie gefunden. Und was für ein Plätzchen! Bei reichen Bekannten meiner Herrschaft. Sie haben ein lahmes Töchterchen. Sie dürfen Gesellschaft leisten und können dabei allerhand lernen. Da muss man zugreifen, und zwar schnell. Nicht, dass einem jemand anderes das Glück von der Nase wegschnappt. Ja... Es ist fertig mit deinem Geschwätz. Was? Was, Geschwätz? Ich gebe mir alle Mühe, und ihr redet an diesen Weg. Dem Herrgott solltet ihr danken, dass ich euren Sohn einen guten Bericht bringe. Und ihr... Bringt ihm den Bericht, wenn du willst! Aber lasst euch die Ruhe! Ja, so... Ja, so... Ja, der wegschnappt! Dann will ich euch eins sagen, euch! Das Heidi ist das einzige Kind von meiner verstorbenen Schwester. Und ich lasse es nicht geschehen, dass das Kind weder in die Schule noch in die Kirche geschickt wird! Alle Leute im Dörfchen sind meiner Meinung! Im Falle es wollen wissen! Wenn es ans Letzte geht, stehen sie zu mir! Besinnet ihr euch, bevor ihr die Sache vors Gericht lassen lassen lassen! Sonst könnte dann jemand das und jenes aus eurem Leben auskommen, was ihr nicht gerne aufgewärmt hättet! Schwieg! Elends Frauenzimmer, du! Nimm das Kind! Und verdirb es! Aber komm mir nie mehr unter die Augen mit dem... Oh, Dieter! Du hast den Grossvater böse gemacht! Der wird schon wieder zufrieden! Komm du jetzt! Wo ist dein Gewand? Ich komme nicht! Was sagst du? Komm, komm, du verstehst das nicht besser! Sind das deine Sachen? Ist das alles? So, komm jetzt! Wir müssen machen, dass wir vorkommen! Nimm dein Hütchen und setz es auf den Kopf! Ich komme nicht! Bist du ein dummes Kind? Hast du doch gehört, dass der Grossvater gesagt hat, man sollte nicht mehr unter die Augen kommen? Du kommst jetzt mit mir nach Frankfurt! Dort ist es noch viel schöner als da! Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja wieder nach Hause! Bis dann ist der Grossvater auch wieder zufrieden! Kann ich heute Abend noch umkehren? Ja! Komm du jetzt! Nimm das Hinterbein! Wir haben nicht viel Zeit! Adieu, Grossvater! Ich komme gerade wieder! Geh noch mit dir! Schnell auf Frankfurt! Grossvater! Adieu! Adieu! Da hat Heidi nicht ab der Hand gelassen! Sie ist ihr daran gelegen, so schnell wie möglich vom Alpöi seiner Hütte wegzukommen! Da kommt ganz in Schweiss! Aber sie steht nicht still, bis sie mit Heidi in der Nähe vom Geissen-Peter-Häuschen vorbeikommen. Da lässt sie das Kind einen Augenblick ab der Hand und putzt mit dem Nastuch den Schweiss ab. Das Heidi schaut herum und sieht Peter. Peter! Peter! Ich gehe mit denen schnell auf Frankfurt! Aber ich komme zuerst noch zu der Grossmutter ein! Sie wartet sicher auf mich! Peter macht Augen wie die Flugräder so gross, als er das Heidi mit seinem roten Kleiderbündel an der Hand sieht, neben dieser aufputzten Tete zu stehen. Es wird dem Bub Himmelangst! Ja! Sie wartet! Grossmutter wartet! Peter rennt wie ein bisschen Wetter davon! Da aber fängt Tete an zu resonieren! Nichts! Das fehlt dir gerade noch! Du kommst jetzt mit mir, Heidi! Kannst du dann zur Grossmutter, wenn du wieder nach Hause kommst! Vorwärts! Ah! Und seh mich doch nicht so, Tete! Du tust mir weh! Heidi! Lass, Grossmutter ruft! Heidi! Ich will zur Grossmutter! Lass mich los! Dummes Babeli! Du kannst den Grossmutter von Frankfurt doch etwas nach Hause bringen! Etwas, was sie freut! Je schneller wir dort sind, umso besser! In Frankfurt gibt es feine weisse Weckli! Die kann Grossmutter besser beissen, als das dunkle Herdbrot, das man da hat! Kann ich ganz viele Weckli bringen? Natürlich! Dann wollen wir laufen dort, dass ich schnell wieder zu Hause bin! Geschwind! In Frankfurt, einer grossen, schönen Stadt in Deutschland, ist an einer breiten Strasse ein besonders prächtiges Haus gestanden. Wenn man darauf zugekommen ist, hat man einen Hundskopf mit einem dicken Ring im Mund schon von weitem an den Haustüren gesehen leuchten. Er hat gewusst gerade, wie Gold glänzt. Man merkt, dass es ein nobels Haus ist. Es gehört einem Herrn Sesemann. Wenn man bei ihm ruft, kommt ein Sebastian, sein Diener an die Haustür und fragt, was man will. Oder wenn er nicht gerade da ist, gibt Dinette das Zimmermeitli im weissen Häubli Bescheid. Irgendwie kommt eine Frau zur Tür aus. Sie läuft gerade wie ein Offizier. Sie ist nicht Frau Sesemann. Sie heisst Fräulein Rottenmeier. Sie muss dafür schauen, dass im Haus alles richtig läuft. Frau Sesemann ist schon vor einigen Jahren gestorben. Ihr einziges Kind, Klara, ist lahm und muss im Rollstuhl herumgestossen werden. Sie kann nicht in die Schule. Der Lehrer muss zu einer nach Hause kommen. Das ist natürlich traurig. Es ist Klara langweilig, weil sie kein Gespännchen hat. Dazu ist ihr Vater noch viel auf der Geschäftsreise und auch nicht zu Hause. Wegen dem allem hat Fräulein Rottenmeier dem Herrn Sesemann geraten, sie wollen ein Kind zu ihnen nehmen, etwa gleich alt wie Klara. Das könnte Klara Gesellschaft leisten und auch gerade beim Hauslehrer in die Schule. Dann hat er doch zwei Kinder in der gleichen Klasse und es wäre Klara nicht mehr so langweilig. Gottlob hat die Unverdäten, die bei Verwandten von Sesemanns dienen, ein Kind gekannt, das passen würde. Gerade jetzt wartet sein Haus Sesemann auf das Schweizer Kind. Die Unverdäten sollten sie bringen, aber sie kommen und kommen nicht. Jetzt meldet sich aber der Diener Sebastian im Studierzimmer, wo Fräulein Rottenmeier mit Klara wartet. Das Mädchen ist da. Bitte eintreten. Bitte. Guten Abend, die Damen. Grüezi. Näher treten. Ist das das Kind? Wie heißt du? Heidi. Wie? Heidi? Das ist doch kein Name. Auf welchen Namen hat man dich getauft? Das weiß ich nicht mehr. Mit Erlaubnis, wenn es die Dame gestattet, will ich für das Kind reden. Es ist Adelheit getauft worden, wie seine Mutter, meine Schwester selig. Gut so. Aber Jungfer Dete, meine Forderung lautete, die Gespielin für Fräulein Klara müsse in ihrem Alter sein. Also das zwölfte Altersjahr zurückgelegt haben. Wie alt ist das Kind? Entschuldigen, die Dame, ich wusste eben nicht mehr recht, wie alt es ist. Es wird so ungefähr zehnjährig sein. Eher noch etwas dazu. Ich bin sieben. Der Grossvater hat es gesagt. Sieben? Fünf Jahre zu wenig. Ich bin verzweifelt. Was hast du denn bis jetzt gelernt, Adelheit? Was für Bücher kennst du? Bücher? Keine. Womit hast du denn lesen gelernt? Das habe ich nicht gelernt. Peter kann es auch nicht. Barmherzigkeit. Du kannst überhaupt nicht lesen. Ja, was hast du denn gelernt? Nichts. Ich war mit den Geissen auf der Alp. Großer Gott. Nichts hat sie gelernt. Jungfer Dete, das ist ja unerhört. Wie konnte sie mir ein solches Wesen zuführen? Mit Erlaubnis, der Dame. Ich habe es brisant. Meine Herrschaft erwartet mich schon lange. Ich werde... Leben Sie wohl. Und nichts für uns gut. Das ist ja schrecklich. Was soll nun mit dem Kind geschehen? Jungfer Dete! Jungfer Dete! Jetzt ist Heidi alleine mit der Klara im Zimmer. Es hat Angst. Woher geht Dete? Ich will mit ihr gehen. Tete! Ach, bleib doch noch ein wenig bei mir. Ich heiße Klara. Sag, willst du lieber Heidi oder Adelheid heißen? Ich heiße nur Heidi. So schnüt. Dann will ich dich immer Heidi rufen. Der Name gefällt mir. Leg doch dein Bündelchen und das Hütchen auf den Stuhl hier. Und komm ein bisschen näher. Bist du gerne nach Frankfurt gekommen Heidi? Nein. Der Grossvater ist jetzt böse wegen der Dete. Aber morgen gehe ich wieder heim und bringe der Grossmutter weisse Weckli. Was willst du tun? Man hat dich aber nach Frankfurt kommen lassen, damit du bei mir bleibst und mit mir lesen und schreiben lernst. Weisst du das nicht? Ich bin ganz allein und da ist es manchmal schrecklich langweilig. Aber von nun an wird es besser sein. Da kann ich zuhören, wie du lesen lernst. Ich will lieber nicht. Doch, doch Heidi. Alle Leute müssen lesen lernen. Der Herr Kandidat ist mein Lehrer. Er wird nie böse. Du musst keine Angst haben. Das Heidi spürt, dass es Klara gewiss gut mit ihm meint. Aber gleich ist ihm in dieser Stube alles fremd und unheimlich. Vorhänge, Möbel, Teppich. So etwas hat es beim Grossvater nicht gegeben. Auf einmal geht die Wand, die sich darauf hinschaut wie ein mächtiges Maul auseinander. Und der Sebastian, der weisse Händchen hat, sagt, Man kann zu Tisch gehen. Wenn Fräulein Klara erlaubt, schiebe ich den Rollstuhl ins Esszimmer. Oh, einen Augenblick bitte. Hier hat sich der Kripp verdreht. Während Sebastian am Griff hinten am Rollstuhl rumgedrüllt, rutscht Heidi von seinem Stuhl oben runter und schaut Sebastian ganz verwundert an. Na, kleines Fräulein, habe ich Hörner oder sehe ich vielleicht sonst wie interessant aus? Da gehe ich schon geissen, Peter. Ach, ist es die Möglichkeit. Nun duzt sie mir gar den Bedienten. Diesem Wesen fehlen alle Urbegriffe. So, nun wäre die Sache wieder in Ordnung und man kann zu Tisch gehen. Heidi, komm gleich. Adelheid, Sebastian wird deine Sachen ins Zimmer hinauftragen. Im Übrigen hast du so wenig als möglich mit ihm zu reden. Das ziehnt sich nicht. Und wenn es geschieht, nennst du ihn sie oder er. Hast du mich verstanden? Ja. Auch Jungfer Tinette redest du mit sie an. Mich, so wie du mich von anderen nennen hörst und Klara, so wie sie es wünscht. Fräulein Rottenmeier hat dem Heidi noch viel erklärt, was er von jetzt an zu machen hat. Zum Beispiel, die Tür noch ganz leise auf und zu machen. Am Morgen im Zimmer bleiben, bis es von der Jungfer Tinette zum Morgenessen geholt werde. Auf dem Tisch haben in einer Platte gebratene Fischchen gewartet. Das Heidi hätte noch nie in seinem Leben so etwas essen müssen. Es zeigt auf ein weises Semmel und sagt zu Sebastian. Ich will lieber das. Gottlob hat die Fräulein Rottenmeier nicht gehört. Sie ist ganz in einverkommen, weil sie dem Heidi doch alles wollte sagen, was er von jetzt an zu tun und wie er sich aufzuführen hat. Das Kind ist jetzt einmal da. Was soll sie machen? Sie selber hat dem Herr Sesemann vorgeschlagen, man will noch ein Kind ins Haus nehmen. Und jetzt hat sie diesen Weg Pech gehabt. Nein, es ist nicht recht. Fräulein Rottenmeier hat immer weiter und weiter geredet. Zuletzt hat sie tief geschnuffet und gesagt. Nun denke daran, Adelheit. Hast du alles recht begriffen? Fräulein. Was sagst du, Clara? Heidi schläft schon lange. Schläft? Und ich gebe mir alle Mühe, etwas beizubringen. Das ist ja unglaublich. Unerhört. Sebastian hat das Heidi auf den Arm genommen und Dinette ist voraus. Zuerst durch das Studierzimmer, dann durch Clara ihr Schlafzimmer, durch die Stube der Fräulein Rottenmeier ins Eckzimmer, das für das Heidi eingerichtet wurde. Es hat immer weiteres geschlafen, so müde ist es. Das Heidi träumt vom Oei und den Geissen, vom Peter und der blinden Grossmutter. Jetzt ist es wieder Glück und hat es schön. Was am Morgen verwacht, weiss es lange nicht, wo es ist. Dann aber krabbelt es zu dem hohen, weichen Bett aus. In so einem hätte es beim Grossvater nicht müssen schlafen. Wo ist das Feister? Wo kann man raus schauen? Das Heidi kann die langen, schweren Vorhänge nicht zurückstossen. Und was es mit den Schüsseln und dem Wasserkrug auf dem kleinen Tischchen anfangen soll, weiss es auch nicht. Es wird am Brunnen raus, sich waschen. Wo ist eigentlich der Brunnen? Wo sind die Wiese? Und die Bäume, die rauschen? Es wird dem Heidi Angst und bang. Es versucht, auf den Simswut zu kledern und ein Feister aufzumachen. Es geht nicht. Hier klopft es an der Türe. Dinette streckt den Kopf ein. Frühstück bereit? Das Heidi versteht kein Wort. Es sitzt traurig auf der Schömmel in der Ecke des hohen, gespässigen Zimmer. Und weiss nicht, was es machen soll. Es wird wieder nach Hause. Aber es muss zuerst genug weisse Weckchen haben für die blinde Grossmutter, dass sie lange davon essen kann. Und dem Grossvater will es halt auch etwas bringen. Auf einmal geht die Türe wieder auf. Das mal lauter als vorher. Fräulein Rottenmeier rauscht ins Zimmer rein und schimpft mit dem Heidi. Dinette hat dir doch Bescheid gesagt, nicht? Rasch ins Esszimmer. Das ist mir wieder ein Benehmendes. Na, kannst du nicht guten Tag sagen? Schau, Fräulein Klara hat ihr Frühstück schon beendet. Nun ist du eben allein. Ich warte auf dich, Heidi. Der Herr Kandidat ist ja noch nicht da. Hast du gut geschlafen? Die zwei weissen Brötchen gehören dir. Trinkst du lieber Schokolade oder Milch? Milch von der Geisse trinke ich. Wo ist der Geissenstall? Ich will zum Feister ausschauen, bis ganz am Boden runter. Das Feister geht aber nicht auf. Du musst nur Sebastian rufen. Er kann es dir öffnen. Ja. Das Heidi ist der Klara so lustig vorkommen mit seinen gespässigen Fragen, dass sie nicht gemerkt hat, wie er eines der weissen Semmeri in den Sack runterschoppt und noch das andere ist. Sebastian ist erscheinen und hat pressiert. Er muss den Rollwagen von der Klara ins Studierzimmer durchfahren. Der Herr Kandidat sei gekommen, berichtet Sebastian. Wir müssen bereit sein. Da hat natürlich auch Heidi das Maul abgeputzt und ist in das Studierzimmer durchgedäuselt. Auf dem Tisch liegt ein Tuch und drauf oben sind Bücher und ein Tintenkübelchen und Papier. Der Herr Kandidat wird Angst und bang. Was muss er es da machen? Klara geheisst es absitzen und mit ihr warten. Aber der Herr Kandidat kommt ganz lange nicht. Wahrscheinlich spricht Fräulein Rottemeier noch mit ihm wegen Heidi. Da sagt Klara... Heidi, erzähl mir doch, woher du kommst und was du dort gemacht hast. Das hat man einem Heidi nicht zweimal brauchen zu sagen. Es denkt ja ständig an Grossvater und an die Geisse, an Peter und an die blind Grossmutter und dass es schnell wieder nach Hause musste. Darum kugelt jetzt alles einfach so raus raus. Und jetzt ist es Klara, die immer wieder fragt. Sie weiss darum nicht, was ein Alp ist und wie weit man dort herum sieht. Und vom Heubett weiss sie auch nichts. Und vom Peter und den Geisse und dem grossen Raubvogel. Und er streicht nichts vom Grossvater. Klara kann nicht genug hören. Das ist für sie eine ganz neue Welt. Das Heidi vergisst ganz, dass es in Frankfurt und nicht beim Grossvater ist. Auf einmal schiesst sie auf. Aber leider kommt die Tischdecke und alles, was darauf liegt, auch mit. Klara verschreckt natürlich Elend. Sie weiss zuerst gar nicht, was auch los ist. Der Sebastian kommt ohne anzuklopfen in die Studierzimmer hinein zu rennen. Und hinter ihm, du liebe Zeit, Fräulein Rottenmeier. Auf Himmels Willen, was ist jetzt wieder geschehen? Tischduch, Bücher, Arbeitskorb, alles am Boden, alles in der Tinte. Ich muss ja nicht fragen, wer das angestellt hat. Heidi hat keine Schuld. Es fuhr ein Wagen vorbei. Vielleicht hat sie noch nie eine Kutsche gesehen. Wo ist das Kind? Da bin ich. Siehst du die Bescherung? Ich habe gehört, Tannen rauschen. Aber ich finde es nicht. Und jetzt rauschen sie nicht mehr. Tannen? Sind wir hier im Wald? Was sind das für Einfälle? Zum Lernen sitzt man still auf seinem Sessel. So du das nicht begreifst, muss ich dich an deinen Stuhl festbinden. Kannst du wenigstens das verstehen? Das Heidi ist an diesem Morgen ganz still. Der Herr Kandidat musste wieder nach Hause gehen. Weil Sebastian und Dinette mussten Studierzimmer putzen und Tintenflerren auszutun. Fräulein Rottenmeier wollte es haben. Nach dem Mittagessen muss Clara immer eine Zeit lang ausruben. Und Fräulein Rottenmeier geht in ihr Zimmer wahrscheinlich ein Mittagsschläfchen machen. Zu Hause können machen, was er will, hat sie gesagt. Er sitzt auf dem Stegentritt und wartet, bis Sebastian mit dem gewaschen Geschirr auf dem Brett aus der Küche runterkommt. Sobald es ihn sieht, steht es auf und redet ihn an. Sie oder er? Sebastian hat gerade etwas studiert. Darum ist er nicht übel verschrocken. Er macht ganz grosse Augen. Was? Was soll denn das heissen, Mamsel? Ich will nur gerne etwas fragen. Es ist sicher nichts Böses. Schon gut, schon gut. Aber warum muss es denn heissen, sie oder er? Das möchte ich wissen. Ich muss es nur sagen. Fräulein Rottenmeier hat es gesagt. Schon recht. So fahre die Mamsel nur weiter. Ich geheisse gar nicht Mamsel. Ich geheisse Heidi. Die selbe Dame hat aber befohlen, dass ich Mamsel zu sagen habe. Ja. Aha. Dann habe ich jetzt schon drei Namen. Sebastian geht mit seinem Holzbrett ins Esszimmer, zum Teller und Platten und Löffel und Gabbeln wieder im Buffet zu versorgen. Das Heidi läuft ihm nahe. Wie kann man die Feust drauf machen, Sebastian? So. Einfach so. Bis so gut. Kann ich ein bisschen raus schauen? Dafür ist das Mamselchen zu klein. Stehe es auf diesen Schemel. Man sieht nur steinige Strassen. Aber wenn man ums Haus herumlauft, was sieht man denn auf der anderen Seite? Genau dasselbe. Wie kann man denn gehen, dass man weit runter sieht und übers ganze Tal? Da muss man auf einen Turm steigen. Einen Kirchturm. So einen wie der dort ist. Mit der goldenen Kugel darauf. Siehst du ihn? Ja. Da schaut man von oben herunter und zieht weit über alles hinweg. Sebastian ist wieder in die Küche runtergegangen. Das Heidi schleicht die Steige ab und auf die Strasse hinaus. Aber da sieht man keinen Kirchturm mehr. Es fragt einen Bub mit einem drehen Öhrchen auf dem Rücken und einem ganz gespässigen Tier auf dem Arm, das den Turm mit der goldenen Kugel sägt. Er führt das Heidi zu einem anderen Turm. Da können wir ihn auch runter schauen, sagt er und ruft. Der Sigrist, der die Tür öffnet, macht zuerst ein böses Gesicht. Er meint allweg, diese Kinder wollen Dummheiten machen. Oder der Bub mit den Mörgeln will Kobatzen häuschen. Aber als er wieder gehen will, hält dann das Heidi am Schopen und bettelt. Sind Sie doch so gut. Ich möchte nur einmal vom Turm oben herunter schauen. Haben Sie einen Augenblick? Dann sagt er, hm? Komm mit mir, wenn dir so viel daran gelegen ist. Das Heidi hat natürlich auch vom Kielenturm oben herunter keine Alp und nicht ins Tal herunter gesehen. Dafür hat sie zur Sigrist, der Frau, nicht mehr. Gibt ganz viele herzige, junge Bösele anschauen. Als sie am Heidi sie freut, sieht, sagt sie, es können gerne Zwei absuchen. Es können alle haben, wenn sie wollen. Sie tue es auch bringen. Sie wissen schon, wo das Sesemanns wohnt. Das Heidi ist vor Freude fast zum Wiesn. Da lassen wir zwei Zwei. Der Bub mit den Mörgeln wartet. Es ist ihm Geld schuldig, weil er ihm den Weg zum Turm gezeigt hat und jetzt wieder zurück. Clara hat Geld in ihrem Portemonnaie. Sie gibt ihm es sicher. Besonders, wenn ihr das Heidi jetzt so zwei herzige Bösele hinbringt. Aber es kommt anders raus, als das Heidi erwartet. Kaum hat es am Sesemannhaus gelutet, kommt der Sebastian anspringen und packt das Heidi an der Hand. Schnell, schnell, Mamsellchen, gleich ins Esszimmer hinein. Es ist dann aufgetragen. Wohl ein Rottenmeier macht ein böses Gesicht. Was ist aber auch der kleine Mamsell in den Sinn gekommen, einfach mir nichts, dir nichts fortzulaufen? Eintreten. Adelheim, ich werde nachher mit dir reden. Jetzt nur so viel. Du hast dich höchst ungezogen, ja strafbar benommen. Setz dich an deinen Platz. Einfach. Kwunsch. Wie geht es? Mein Ganzer ist alles.